Die vier besten Spielerinnen als Olympia-Team haben Weg zur Siegerehrung. Der russische Kommentator nennt sie Druzhina, eine militärische Kampfeinheit. Das ist die Kampfeinheit. Wir haben die Kampfeinheit. Wir haben die Kampfeinheit. Wir haben die Kampfeinheit. Ich habe die Kampfeinheit gemacht, dass es in den Open Tournamenten Wiener Prizes gibt. Nana war gerade zwei Monate lang in Moskau für einen Wettkampf. Bald wird sie wieder unterwegs sein. Wir haben die Kampfeinheit. Sie sind für die Kampfeinheit. Sie sind für die Kampfeinheit. Ich weiß nicht, was Sie ist für die Kampfeinheit nicht in der Kampfeinheit. Wer ist die Kampfeinheit? Die Kampfeinheit ist die Kampfeinheit und die Kampfeinheit. Nana, ich bin eine Kampfeinheit. Nana, warum Sie nicht mit mir kommen? Ihr hieß dieuerung. Hier waren die Bewerb der Treffer. Sie waren für das Kartoffein. Sie waren für sie im Spiel in das Spiel. Das war ein R possessives Spiel, wenn man sie Ende der Treffer mit strömer macht. Das war verrückt. Sie haben die Schachowskunde gewonnen. Das wird nicht mehr für 5.000 Jahre, einer größere Nation.